Du denkst, Smalltalk ist ein notwendiges Übel, um endlich zum Punkt zu kommen? Du fühlst dich unwohl, wenn du quasi um den heißen Brei herumreden musst, beziehungsweise sogar schlimmer noch, übers Wetter reden? Ja, dann wirst du in diesem Video ein paar ganz, ganz neue Blickwinkel auf dieses Thema bekommen und bin schon sehr gespannt, was du mir auch dazu dann sagen wirst, vielleicht schon in unserem ersten kleinen Smalltalk, sollten wir uns noch nicht persönlich kennen. Smalltalk, warum ist das so wichtig? Grundsätzlich ist es so, dass Menschen sich zuerst zurechtfinden müssen, sich orientieren müssen, Sicherheit haben müssen, bevor sie in ein Thema rein starten können und Performance erbringen können. Ist ja auch der Grund, warum man nicht in ein Meeting kommt, die Unterlagen am Tisch knallt und sagt, so jetzt starten wir, sondern warum es diese Aufwärmphase gibt, wo dann auch mal Kaffee getrunken wird, wo kurz übers Wochenende geplaudert wird. Das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das ist einfach wichtig. Warum ist das so? Stell dir mal vor, du kommst in einen Raum rein, in dem du vielleicht noch nie warst, triffst Menschen, die du noch nie gesehen hast. Das ist natürlich der schlimmste Fall des Smalltalks, weil du dich ganz neu orientieren musst. Und was ist das Erste, was du machst? Du blickst natürlich mal, okay, wie sind die Räume ausgestattet? Wo ist der Ausgang? Welche Menschen sind da? Wie sehen diese Menschen aus? Du tastest dich ab. Das liegt noch ganz tief in uns begraben, weil wir ja abchecken wollen, ist es sicher oder nicht sicher? Sind wir in Gefahr? Das ist ein ganz innerer Trieb von uns. Und auch wenn wir jetzt mit Menschen ins Gespräch kommen, wenn wir mal die Lage abgecheckt haben, aus dem Grund soll es den Leuten ja auch die Chance geben, sich mal einzufinden, auch dann brauchen wir diese Eingewöhnungsphase mit unseren Mitmenschen, weil jeder Mensch, das Erste, was wir machen, ist, wir checken mal die Personen von oben bis unten ab und schieben sie dann in eine Schublade hinein. Der erste Eindruck, der klassische, der eben von vielen Menschen nicht mehr verändert wird. Und aus dem Grund ist es sehr, sehr wichtig, was dein erster Eindruck von diesen Menschen ist und wie du diesen gestalten kannst. Das heißt, wie du von vornherein das Gespräch schon in eine Richtung lenken kannst. Der amerikanische Psychologe Robert Cialdini hat zwei Bücher geschrieben. Das erste Buch, das empfehle ich auch immer wieder, das nennt sich die Psychologie des Überzeugens. Ist eine Literaturempfehlung und ein Bestseller, wenn du es noch nicht gelesen hast, unbedingt kaufen und holen und lesen, weil es einfach ein sehr schönes Nachschlagewerk ist. Ein paar davon übrigens findest du in unserem persönlichen Coach von unserer Handy-App. Wir haben jetzt eine iPhone und Android-App, wo du dann auch diese Manipulationsmethoden erkennen kannst und dich da durchklicken kannst. Ist, wie gesagt, kostenlos. Gibt es gerne auch den Link dazu. Robert Cialdini ist dann natürlich auf Kongresse eingeladen worden und wurde immer wieder dann die Frage gestellt, wie kann ich jetzt selbst diese Gespräche beeinflussen, weil in dem ersten Buch beschreibst du halt, wie es gemacht wird und worauf man aufpassen soll und wie du dich dagegen schützen kannst. Aber was kann ich jetzt selbst aktiv tun? Und in seiner Recherche und in seinen Studien ist er dann draufgekommen, dass das meiste von dem, was eben dann schlussendlich die Gespräche beeinflusst, das ist, was vor dem eigentlichen Gespräch passiert, also der Pre-Frame, würde man im NLP dazu sagen, das Framing dazu, oder Robert Cialdini sagt eben dazu, Pre-suation, also vor der Beeinflussung quasi, Pre-suation. Und das ist ganz spannend, weil da gibt es unterschiedliche Studien zu dem Thema Framing und Pre-suation, wo dann zum Beispiel Menschen einmal ein warmes und einmal ein kaltes Getränk angeboten wurde vor einem Meeting und nur aufgrund der Tatsache, ob das ein warmes oder kaltes Getränk war, haben dann die Leute im Nachhinein gesagt, das war ein eher harmonisches, warmes Gespräch oder ein sehr kühles Gespräch. Also solche Kleinigkeiten können Gespräche schon beeinflussen. Das heißt, das Smalltalk, gehen wir wieder darauf zurück, ist der Pre-Frame für das, was danach kommt. Wenn du es im Smalltalk schaffst, schon eine Beziehung aufzubauen, eine Bindung aufzubauen, wird dann das Gespräch viel, viel einfacher fallen. Du kannst aber natürlich auch den Smalltalk dazu nutzen, um, ja, was auch immer du möchtest auszudrücken. Du kannst Autorität im Smalltalk ausstrahlen, du kannst Distanz ausdrücken. Sieh den Smalltalk als die aller, allerwichtigste Vorbereitung, die diese Weichen stellt, dahingehend, wie und wo dieses Gespräch dann passiert. Und funktioniert auch. In der Regel möchtest du natürlich im Smalltalk das Eis brechen und Vertrauen aufbauen. Denn Robert Cialdini beschreibt in seinem Buch die Psychologie des Überzeugens, dass eben Vertrauen, also Sympathie, ein wesentlicher Manipulationsfaktor ist. Manipulation in diesem Sinne nicht negativ gemeint, sondern Manipulation heißt übersetzt, aus dem Lateinischen sowas wie Hand, Hand und Bewegen, Handhabung könnte man es übersetzen. Das heißt, das Gespräch in der Hand zu haben, beziehungsweise auch den Ziel zu bestimmen. Denn schlussendlich geht es in jedem Gespräch ja nicht darum, einfach nur ein Gespräch zu führen, sondern auch ein Ziel mit diesem Gespräch zu haben. Das bedeutet, dass du dir natürlich schon im Vorhinein überlegen solltest, was ist mein Outcome, das ich erreichen möchte und wie gestalte ich den Smalltalk, den Preframe, so, dass ich möglichst die Weichen schon stelle, um eben auf dieses Ziel hier zuzusteuern. Und da überlege ich mir, brauche ich Sympathie und das brauchst du halt eben in den meisten Fällen, würde ich dir wirklich raten, mal das Eis zu brechen. Jetzt ist halt immer die Frage von vielen, die Smalltalk nicht mögen, worüber spricht man denn da? Was sage ich? Und da gibt es natürlich einige Modelle, an die man sich da ganz schön halten kann. Ein Modell sind auf jeden Fall die neurologischen Ebenen. Wir können die gerne auch verlinken. Schreibe uns einfach einen Kommentar, wenn du das möchtest und dann werden wir dir da einen Link dazu geben. Die neurologischen Ebenen sind so ein, also wir bezeichnen sie mal als Rad, oft aus der Pyramide dargestellt, wie Menschen funktionieren und wie Menschen auch denken. Das heißt natürlich, ich möchte aber in dem Smalltalk Menschen in ihren Gedankengängen abholen und da ist natürlich die erste Ebene, der neurologischen Ebene die Umwelt. Das heißt, was ich zuerst mache, wenn ich in einen Raum reinkomme, wenn ich eine Situation betrete, ich schaue mich mal um. Und dann gibt es immer Auffälligkeiten. Ich könnte zum Beispiel in diesem Raum hier ist eine Blume, Blumen, Palmen oder was auch immer und könnte zum Beispiel auf diese Palmen zu sprechen kommen. Ich könnte zum Beispiel auf die Getränke zu sprechen. Ah, sehr gut, vielen Dank, ich sehe das schon, da steht schon ein Glas Wasser, ist okay, wenn ich mich da kurz bediene. Auch das ist schon ein erster Schritt, wo ein Gespräch aufgebaut wird. Also die Umwelt beobachten oder sehr beeindruckend, das Büro, was sie hier haben oder wah, sehr spannend, diese kleine Deko, diese kleine Figur da, was bedeutet das irgendwas? Oder haben sie es vielleicht nur hier, weil es ihnen gefällt. Das heißt, all diese Dinge, die in der Umwelt sind, sind ein super Einstieg in den Smalltalk. Das heißt, beobachte einfach mal um dich herum, was sind so Auffälligkeiten und dann einfach drauf los. Also du kannst hier wirklich nichts falsch machen, denn es geht hier nicht um den Inhalt, ganz wichtig, es geht ja nur darum, mal ins Gespräch zu kommen, das Eis zu brechen. Die zweite Ebene der neurologischen Ebene ist das Verhalten. Das heißt, natürlich kannst du auch auf das Verhalten eingehen, wenn du jetzt irgendwas beobachtest, vielleicht ein gemeinsames Verhalten, das man an den Tag gelegt hat, oder ein gemeinsames Meeting mal gehabt hat, gemeinsame Überschneidungen, die da mal da waren, vielleicht ein sehr gastfreundliches Verhalten, wo man sagen kann, vielen Dank für diese Gastfreundschaft, weil ich habe mich gleich wohl aufgehoben gefühlt, Sie sind offensichtlich ein Profi darin. Also solche Sachen auch am Verhalten. Und natürlich spannend auch die Fähigkeiten, wenn du irgendwo etwas erkennen kannst, dass jemand besondere Fähigkeiten besitzt, zum Beispiel Klavier spielen kann, ein Sportler ist, oft stehen ja so Bilder herum im Umfeld, in der Umwelt quasi desjenigen. Auch da kann man dann super drauf eingehen und sagen, ah, ich sehe, Sie machen Sport, oder ich habe gehört, Sie spielen Klavier, wie lange spielen Sie schon? Das heißt, diese ganzen Sachen, auf die kann man eingehen, das heißt, es empfiehlt sich natürlich, vorher Informationen zu sammeln, dann hat man ein breites Repertoire, über das man reden kann. Aber wie gesagt, die neurologischen Ebenen, sind nur eine Form, sich daran zu halten. Es gibt noch mehrere Ebenen, die dann so ein bisschen unter der Oberfläche sind, die eignen sich jetzt vorrangig nicht so sehr für Smalltalk, weil das schon sehr persönliche Themen dann sind. Aber auf Umwelt, Verhalten und Fähigkeiten Ebene kannst du auf jeden Fall mal eingehen. Die zweite Sache, auf die du da eingehen kannst, sind die grundlegenden Orientierungsmechanismen eines Menschen. Menschen orientieren sich immer zeitlich, räumlich und sozial. Das sind unsere drei Orientierungen. Auch anhand derer kannst du Smalltalk aufbauen. Zeitlich zum Beispiel könnte man sagen, ja, haben Sie heute schon einen harten Tag gehabt oder schon viele Termine heute gehabt. Das wäre zum Beispiel so ein zeitlicher Rahmen, wo ich die Vergangenheit abfrage. Oder wie war das Wochenende? Diese Fragen, ich weiß, viele scheuen sich davor, die zu stellen, aber nochmal, es geht nicht um den Inhalt, es geht darum, mal eine Bindung aufzubauen. Und da sind die Fragen fast schon nebensächlich. Und, ja, könnte man zum Beispiel auch fragen, ja, was haben Sie heute noch vor? Oder heute noch viel vor? Solche Fragen, die in die Zukunft projizieren. Oder, haben Sie gut hierher gefunden? Das ist nur so eine klassische Frage, die man auch immer ausweicht. Aber trotzdem ist es eine Frage, die man halt einfach sehr oft stellen kann und die schon mal das Eis brechen kann. Sozialer Kontext. Ja, ich habe eh schon mit Ihrem Kollegen gesprochen, der hat mir ja schon viel und viel erzählt. Sozialer Kontext. Oder wenn man vielleicht weiß, dass diese Person da und dorthin Verknüpfungen hat, könnte man sagen, ah, ich kenne ja die Person auch und wie geht es Ihnen damit? Das heißt, auch da kann man irrsinnig gleich soziale Beziehungen ansprechen. Ja, und räumlich natürlich ist ganz klar. Eben eh das, wir haben Sie hergefunden, fällt natürlich in den zeitlichen und räumlichen Kontext. Man könnte natürlich wieder die Gegend ansprechen, man könnte sagen, ah, Sie haben ja einen sehr repräsentativen Sitz hier. Ja, war ganz spannend hierher zu kommen, weil, also quasi vielleicht eine Geschichte noch vom Weg erzählen, also gibt es unzählige Möglichkeiten. Im Grunde genommen zählt halt eins, und zwar du möchtest Gemeinsamkeiten finden. Gemeinsamkeiten erzeugen immer Sympathie und Gemeinsamkeiten erzeugen Vertrauen. Und wie du die herbekommst, über die neurologischen Ebenen, über die Muster der zeitlich-räumlichen und sozialen Orientierung, bleibt dann schlussendlich dir überlassen. Gemeinsamkeiten aufbauen bedeutet ja schlussendlich Rapport aufbauen. Das Thema Rapport ist natürlich im Smalltalk ein ultimativ wichtiges. Achte immer darauf, wenn du noch nicht weißt, was Rapport bedeutet, dann auch wieder Kommentar einfach drunter posten, dann kriegst du einen Link. Wie gesagt, leider sind diese Themen alle sehr umfangreich und würden wir da auf jedes Thema eingehen, dann wäre das natürlich ein sehr langes Video auch. Was du aber nicht unterschätzen darfst, und das ist der Profi-Tipp schlechthin. Im Smalltalk fühlen sich die meisten Menschen noch nicht beobachtet, noch nicht so quasi auf der, in dem Kontext, wo sie sich beweisen müssen, in dem Kontext, wo es gerade wichtig ist, in dem Kontext sind die meisten Menschen noch lockerer. Und wenn der Rahmen noch nicht so eng ist, wenn der Kontext noch nicht so stringent ist, dann kann man sehr, sehr vieles herauslesen, was die Werte der Person betrifft, die Entscheidungskriterien. Das ist natürlich ein Profi-Tipp, wenn man dann lernt im Smalltalk, die richtigen Fragen vielleicht zu stellen, um mal so das Ohr zu spitzen. Man kann ja durch die Verhaltensanalyse, wie wir es im NLP ja kennen, schon sehr viel anhand grundlegender Verhaltensmuster auch herausfinden, was sehr spannend ist. Auch die Verhaltensanalyse hast du in der App, die ich dir schon angesprochen habe, einen kleinen Minikurs, wo ich dann Coach bin, dich an der Hand nehme und dir mal so die Grundzüge des menschlichen Verhaltens näher bringe. Also auch das kann vielleicht interessant sein. Den Link dazu findest du ohnehin in der Videobeschreibung zu unserem kostenlosen Coach, den es zur Verfügung gibt. Und wie gesagt, Smalltalk mächtig. Einerseits mächtig, um Sympathie aufzubauen und die Profis, so wie du ja auch einer werden möchtest, nutzen das schon, um erste Informationen auch zu sammeln. Wiederum würde es mich freuen, wenn du uns Feedback gibst, wenn du uns Nachrichten schreibst, wenn du uns ein Like, Daumen hoch hinterlässt hier und natürlich, wenn du den Kanal abonnierst. Das zeigt uns dann, dass du Interesse hast. Das zeigt uns, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird, denn wir möchten möglichst viele Menschen erreichen. Wie du ja weißt, bin ich der Meinung, dass jeder Mensch NLP lernen sollte. Ich wünsche dir alles Liebe, bis zum nächsten Dienstag und bis bald. Wie ist das? Das ist ein Alkund. Das ist ein Alkund. Vielen Dank.